Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute mit dem Routing an sich, oder Routing, wenn ihr es auf Englisch haben wollt. Im Deutschen, ich sag eigentlich ganz gerne Routing, es tut mir leid, ich weiß, viele finden das einen Sprachfehler, aber man sagt auch eigentlich Routenplaner. Daher das Deutsche spricht man mit U aus und das Englische würde man wahrscheinlich eher Routing aussprechen. Aber ja, soviel zu dem Thema. Sorry, ja genau, was wir hier machen ist folgendes. Also grundsätzlich, wir haben ja aktuell das Problem, also Problem in Anführungsstrichen, dass wir jede URL aufrufen können. Also Users mit einem Post Request gibt uns Hallo Post Express. Dann Flaming Fire Sword gibt uns auch einen Post Request, gibt uns auch Hallo Post Express. Und das ist natürlich Quatsch. Grundsätzlich wollen wir da natürlich unterscheiden können. Und ja, deswegen, was wir hier machen ist im Endeffekt, wir sagen, wo wir eigentlich die Requests hinhaben wollen. Wir sagen zum Beispiel, hey, unsere Get Requests, die sind zum Beispiel auf Slash. Das ist quasi eure Root URL, ja, also sozusagen, wenn ihr nichts hinten dran macht. Dann haben wir hier unten drunter vielleicht noch sowas mit Hallo Get Users. Sowas zum Beispiel. Dann haben wir hier sowas wie Users Slash. Und was wir jetzt haben, Achtung, das funktioniert nur mit Get Befehlen aktuell. Was wir jetzt also aktuell haben, ist, wenn ich das als Get Befehl ausführe, dann passiert halt einfach, ja gut, kann ich nicht finden. Wenn ich hier ein Slash ausführe, bekomme ich Hallo Get Express, das ist das obere. Wenn ich jetzt allerdings auf Slash Users gehe, dann bekomme ich Hallo Get Users. Es wird also unterschieden, welche URL ich eigentlich gerade aufgerufen habe. Und hier muss man ganz klar schauen, wenn ich nichts hinten dran angebe, dann ist das Slash. Das heißt, der Slash, der wird hier einfach ergänzt. Das ist quasi das, was euer Wurzelverzeichnis ist. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Ordnerstruktur eigentlich. Denn unter Slash, das ist erstmal euer Wurzelverzeichnis von eurem Serverstandort zum Beispiel. Also da ist quasi die oberste Datei, die URL sozusagen, die eure Indexseite ist. Da könnt ihr euch vorstellen, habt ihr sowas wie eure Landingpage drauf, ja. Und dann habt ihr natürlich sowas wie Users. Das wäre dann der Ordner Users, wo alles, was die User betrifft, drin ist. Da bekommen wir dann natürlich Hallo Get Users. Und dann kann ich natürlich hier weitermachen und sagen, hey, zum Beispiel unter Users und Manfred bekomme ich Hallo Manfred, ja. Also Hallo Get Manfred, vielleicht, damit wir es unterscheiden können. Solche Sachen zum Beispiel. Das heißt, ich kann hier dann einfach nach Users noch den Manfred hinzufügen. Aber wirklich viel mit Ordnern hat das noch nicht zu tun. Und für jeden User, den es gibt, hier eine extra URL anzulegen, das ist maximal unpraktisch. Und das werden wir uns nachher noch genauer angucken, was wir hier vielleicht besser machen können. Aber heute nur Basic Routing, damit ihr erstmal versteht, was eigentlich Routen in eurem Browser bedeuten. So, das sind jetzt natürlich nur die Get Befehle. Was würde denn passieren, wenn ich auf den Manfred zugreife mit einem Post Request? Achtung, hier haben wir natürlich den Post Request. Wenn ich jetzt den Post Request sende, dann bekomme ich hier immer noch Hallo Post Express. Und das liegt natürlich hieran, an dieser einen Zeile. Denn der Stern steht einfach für alles. Das heißt, ich habe hier natürlich, egal ob ich auf Slash bin, ob ich auf Users bin, ob ich auf Users Manfred bin oder ob ich auf dem hier bin. Ich bekomme immer Hallo Post Express, wenn ich hier ein Sternchen habe. Und das kann ich natürlich hier auch ändern. Ihr könnt hier einen Slash einfügen. Ihr könnt hier einen Users Manfred einfügen. Ihr könnt hier auch Slash, das ist was, was recht häufig ist, Slash API, Slash Users, Slash, ja, Slash Users oder sowas. Dann passt das auch. So, und dann bekomme ich natürlich, wenn ich das jetzt hier drin habe, dann bekomme ich natürlich bei Users Manfred eine Fehlermeldung, dass diese Seite natürlich nicht da ist. Während, wenn ich das jetzt so hier angebe, unter API Users, Achtung, nur ein Slash hier drin haben, dann bekomme ich natürlich das Hallo Post Express. Und so kann ich natürlich meine API auch einigermaßen unterteilen und vor allem natürlich dann noch aufteilen in mehrere Dateien. Ihr seht ja, eigentlich sind das alles Aufrufe, die, naja, ich in eine Funktion auslagern könnte. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel sagen, hey, ich mache hier eine, ich importiere mir von irgendwoher eine Funktion. Ähm, und diese Funktion benutzt zum Beispiel die App und setzt mir alle Get-Befehle. Und wiederum, diese Funktion teilt das dann weiterhin auf unter mehrere Funktionen. So kann ich das natürlich dann sehr, sehr intuitiv machen und kann dann auch wirklich meine einzelnen, ähm, meine einzelnen Befehle, also ich meine hier in dem Fall gebe ich ja immer nur Hallo Get Express zurück. Ich mache ja nichts mit Datenbank, ich mache ja gar nichts im Endeffekt. Und wenn ich das jetzt wirklich alles so umlagere und für alles meine eigene Datei habe, die ich dann auch wiederum modular erweitern kann, dann ist das am Ende schön und sauber aufgegliedert. Zum Beispiel für Users was eigenes, zum Beispiel für Slash was eigenes. Aber dazu brauchen wir noch ein bisschen fortschrittlicheres Routing und dementsprechend, ja, wird das noch Thema werden bei uns. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt wisst ihr, was hier dieses Sternchen für den Pfad bedeutet. Also Path heißt ihr Pfad, ähm, also das heißt bei Put und Delete akzeptiere ich immer noch alles. Bei Post akzeptiere ich aktuell nur API-Users und bei Get akzeptiere ich Slash-Users und Users-Manfred. Das sind die einzigen und jedes Mal bekomme ich hier natürlich meinen vollen Request gelockt. Das ist ein bisschen vieles, aber, ja, für den Anfang ist das in Ordnung. Genau, und das ist im Endeffekt die grundlegende Struktur eures Webservers. Da könnt ihr nämlich dann einstellen, was eine unterschiedliche Website eigentlich tut. Gut, ähm, denn wenn ihr jetzt das euch mal anguckt, dann haben wir jetzt hier mehrere Webseiten schon geschrieben. Klar, sie sind sehr, sehr billig. Ich habe hier eigentlich nur Hallo Get Manfred drinstehen. Aber ich habe hier zumindest mal Slash. Ich habe Slash-Users und ich habe Slash-Users-Manfred. Und das ist schon mal ein Anfang. Ähm, jetzt wäre es natürlich noch irgendwie angenehm, wenn ich das Ganze hier nicht in, naja, in einen String packen müsste und dort drin dann HTML programmieren müsste, das, oder schreiben müsste. Das ist ja eigentlich nicht wirklich programmieren. Egal. Ähm, das ist halt sehr, sehr unpraktisch hier. Und darum kümmern wir uns auch bald. Alles klar. Und das war's für dieses Mal. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.